Neat for Speed Most Wanted 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 Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Ja, also es macht immer noch Sinn, Erster zu werden, einfach weil man sonst Punkte abgezogen kriegt, wenn man nicht Erster ist, solange man nicht im Ziel ist. Und es geht aber vor allem auch darum, möglichst schnell durch die ganzen Radarfallen, durch die Kameras zu fahren, auch wenn man danach irgendwo gegenfährt. Ist egal, es geht nur darum, während man durch die Kamera fährt, möglichst schnell zu sein, denn die Geschwindigkeiten werden addiert. Nein, es war nicht in Underground, es war in Carbon, wo wir das schon mal hatten. So, 215 bei der ersten und damit bin ich 3 km schneller als der zweite. Ganz knapp also nur. So, jetzt haben wir hier natürlich Kurven und Kurven sind böse, da kann man nämlich nicht so schön rausbeschleunigen. Ich versuche die mal möglichst weit außen zu nehmen. Bei der zweiten hatte ich 202 kmh und bin weiterhin Erster mit 417 kmh. Aber nur knapp. Und wenn ich nicht Erster werde, dann kann der Vordere unter Umständen halt dadurch gewinnen, dass er als erstes ein Ziel war. 225 kmh und immer noch Erster. Mit 643 kmh. 224 kmh und immer noch Erster. Ist ja aber auch gut, wenn ich mich im Rennen jetzt mal an die Spitze setze, weil wenn ich als Erster im Ziel bin, dann habe ich nochmal einen Vorteil. So, 217 und ich bin momentan immer noch von der Geschwindigkeit der Erster. Wenn ich jetzt als erstes noch ins Ziel komme da hinten vorne, dann sollten wir es eigentlich gewonnen haben. Ja, relativ knapp, aber wir haben es gewonnen. Mit 1084 kmh insgesamt. Was hatte der zweite, wie viel hatte der? 1027, ja okay. Schön. Rock schreibt. Hey, ich habe ein paar Infos über die Verfolgungsmeilensteine. Anscheinend werden die vom Blacklist-Fahrern gestellt. Sie fordern jeden heraus, der sich zutraut, ihre Rekorde zu brechen. Wenn du dir einen Namen machen willst, ist das deine Chance. Je mehr Verfolgungsmeilensteine du bestehst, desto berüchtigter wirst du bei den Blacklist-Fahrern. Ja, so richtig weiß ich nicht, was der Tipp mir bringen soll, weil wir müssen so oder so Meilensteine kriegen, also... Im Endeffekt ist das egal. So, das haben wir jedenfalls geschafft. Dafür können wir wieder zurück in die Blacklist ein weiteres Rennen machen. Ich würde sagen, machen wir direkt das andere Radarfallen-Rennen hinterher. Also ich denke, bei dem werden wir so zwei, drei, vier Parts brauchen, bis wir den herausfordern können. Mal schauen. Vor allem das Kopfgeld wird ein bisschen dauern, weil wir brauchen knapp 50.000. so viel, wie wir insgesamt bisher haben. Aber mal gucken. Wird schon irgendwie gehen. 256 kmh, 1 kmh schneller als der zweite. Immerhin, besser als nichts. 223 kmh, und da war jemand schneller. Jetzt seht ihr das? Stickler ist momentan zweiter. Äh, erster. Mit 497 kmh. Nicht gut, nicht gut. Der hat ziemlich viel Vorsprung jetzt. Das ist relativ viel. Das wird schwer aufzuholen. Ja, jetzt haben wir gleich viele. Er hat 708 und ich habe 708. Das war gut. Da habe ich wieder ein bisschen aufgeholt. Das heißt, je nachdem... Ah, ich muss halt eigentlich auch wieder als erster ans Ziel kommen. Und ich bin wieder erster. Jawohl, ich bin wieder erster. Also ich spare mir auch immer das Nito natürlich dann für die Sprünge, äh, für die Fallen auf, für die Radarfallen auf. Immer noch erster. Ich sollte aber jetzt wirklich mal nach vorne, wenn der mich mal vorbeilassen würde. Aber der hat mich gerade schön ausgebremst, der blöde Wichser. Wenn der jetzt gleich im Ziel ist, wird es schwierig. Der ist jetzt gleich im Ziel. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich verliere Kmah. Und, bin ich noch erster geworden? Ja, Sieger. Okay, das war knapp, weil ich halt nicht als erster am Ziel war. Aber ich muss nicht als erster am Ziel sein. Nur ich verliere dann halt irgendwie pro Sekunde 10 kmh oder so, äh, aus meiner Gesamtwertung. Deswegen ist es schon ratsam, erster zu werden. Aber jetzt hat es von den kmh her gereicht. Also musste ich gar nicht erster werden. Und ich habe insgesamt trotzdem das Ganze gewonnen. Noch eine Nachricht von Vic. Hey, hier ist Vic. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Ach, laber doch nicht, mein Lieber. Laber doch nicht. Den Scheiß werde ich tun. Ich werde dich fertig machen. So, zwei Rennen haben wir. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir fahren ein... Ich habe Bock eigentlich mal auf ein K.O. Rennen, aber man könnte auch... Fahren wir mal das kurze Sprintrennen hier. Dann würden wir die Rennen... Die Rennen werden wir auf jeden Fall in dem Part noch fertig kriegen. Ist eigentlich ganz gut. Boah, guck mal. Und der ist ein Martin. Wieso fährt der denn jetzt schon mit? Boah, er hat denn jetzt schon so ein Auto hier. Der zieht natürlich auch vorne da jetzt hier. Das ist ja eine Frechheit. Ich fange mit meinem Golf, ne? Und der mit so einem heißen Schlitten. Guck ihn dir an. Gönnt sich aber auch jede Laterne, die er finden kann, ne? Naja, gut. Also, ähm... Wenn die jetzt mit solchen Wagen hier ankommen... Okay, mein Golf ist halt getunt. Wahrscheinlich hat der... Äh, Werks... Hat der wahrscheinlich einfach nur das Standard-Tuning... Und hat dann optisch ein bisschen seinen Wagen aufgefeilt. Aber finde ich gut. Dann haben wir die Rennen in dem Part schon. Und beim nächsten Mal machen wir die Meilensteine. Und dann in einem... Dritten oder vielleicht auch noch vierten Part... Machen wir dann das Kopfgeld. Und dann können wir auch schon wieder den nächsten herausfordern. Nämlich Vic. Der ja momentan Blacklist Nummer 13 ist. Geht also ratzfatz hier. Ein Blacklist-Fahrer nach dem anderen. Naja, am Anfang geht das nur noch schnell. Später dauert das dann. Da hätte ich die Abkürzung nehmen können. Ihr merkt das schon. Ich versuche die immer so ein bisschen abzudrängen, wenn ihr mich überholen wollt. Alter, zieht der vorbei. Gibt's doch nicht, ey. Wie der mir davongezogen ist. So, wir fahren hier natürlich durch den Busbahnhof. Momentan bin ich wieder Erster. Wir sind bei 90%. Oh, oh. Und Kops sind am Start. Das wird nicht gut ausgehen. Aber das Rennen gewinne ich. Aber das bringt mir nichts. Also, das bringt mir schon was. Das Rennen haben wir gewonnen. Aber die Kops sind weiter hinter mir her. Ich muss versuchen abzuhauen. Ich meine, es macht nichts. Oh, wir sind jetzt sogar vorne schon für zwei. Es macht nichts, weil wir sowieso Kopfgeld sammeln müssen. Aber eigentlich wollte ich ja gerade erst mal die Rennen machen. Deswegen mal schauen. Also, ich wollte jetzt eigentlich nicht das Kopfgeld machen, sondern jetzt halt erst mal die Rennen fertig machen. Gut, wenn jetzt halt die Kops nicht mehr her sind, muss ich die loswerden. Ich kann jetzt gerade nicht irgendwie sagen, möchte ich gerade nicht, sondern es ist jetzt so. Bei Mosswater 2012 konnte man sich einfach verhaften lassen und dann war man wieder raus. Hat keinen, nicht irgendeinen Nachteil davon. Der Wagen ist nicht weg. Die Punkte sind nicht weg. Nichts. Es hat überhaupt nichts ausgemacht, wenn man gefasst wurde. Ähm, das ist hier bei dem Spiel ein bisschen anders. Hier wollen wir auf keinen Fall gefasst werden. Der Wagen wird sonst eingezogen. Wir verlieren Punkte und so weiter. Das wollen wir natürlich alles nicht. Also, wir müssen auf jeden Fall abbauen. So oder so, ob wir wollen oder nicht. Der positive Nebeneffekt ist halt dann, dass wir ein paar Speedpoints, äh, hier so ein paar Speedpoints sag ich schon. Dass wir ein bisschen Kopfgeld sammeln, das brauchen wir ja so oder so früher oder später für den nächsten Blacklist-Fahrer. Also, nachteilig ist das nicht. Nur, ich hatte es halt gerade nicht vorgesehen eigentlich. Nördlicher Richtung wird aber immer wieder mal passieren, dass während den Rennen Kopf, äh, aufkreuzen, mit denen wir uns dann anlegen müssen. ... der letzten gekappten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin kurz sechs. Mal schauen, vielleicht klappt das. Normalerweise kannst du nicht mitten auf der Straße das loswerden, aber... ... die Sperrung voraussichtlich in drei Minuten. ... ne, ah, okay, der kam da vorne, ja, ja. Blöd. Ähm, ich muss eigentlich zu einem Versteck fahren, das bringt sonst nix. ... nur die Frage ist jetzt... ... ja, oder wir fahren zum Unterschlupf, kann man auch machen. Wir können auch einfach zum Unterschlupf fahren. Dann machen wir das. Ah, jetzt bin ich drüber gefahren, shit. Aber hey, wir haben immerhin 3000 Kopfgeld gesammelt. Da sind sie wieder. Ja, du kannst auf den offenen Straßen so gut wie gar nicht entkommen, weil immer wieder... ... äh, Cops am Start sind dann. Die kommen immer wieder, du wirst die eigentlich so nicht los. Also man muss schon, äh, durch Verfolgungsstopper fahren und dann am besten in den Versteck, weil sonst... ... kliegen die dir am Arsch und es spawnen dann auch wieder neue. Ich meine, ich bin grad gar nicht so abgenankt. Eigentlich können wir echt mal ein bisschen rumfahren. Wir haben jetzt schon wieder 4000 Kopfgeld gesammelt. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wir brauchen das ja eh. Aber wenn da jetzt ein Versteck irgendwo aufkommt, dann nehm ich mir das auch und dann... ... verstecken wir uns. Dann mach ich nämlich noch das letzte Rennen, was uns noch fehlt. Ach, guck mal hier. Hier, Golfclub. Dann verstecken wir uns hier im Golfclub. Genau, ich hab mich im Golfclub versteckt. So, hier in den Verstecken wird der Balken sehr viel schneller voll. Das kennen wir auch aus Carbon. ... mitten in einem 1043... ... Rock schreibt. Hey, Rock hier. Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Kärnten Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuch was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Jo, danke, also es gibt dann jetzt, wenn wir den nächsten besiegen, schalten wir das nächste Gebiet frei. Oh, jetzt haben wir schon 67.000 Kopfgeld. Sehr schön. So, dann können wir jetzt noch ein Rennen fahren. Die Frage ist, ich hätte eigentlich Lust auf ein K.O.-Rennen. Wir können aber auch eine Mautstelle fahren. Aber zum Beispiel hier, K.O.-Rennen, 16 Kilometer, das wird ewig dauern. Aber das könnte man fahren. Drei Runden mit sieben Kilometer. Dann haben wir die Rennen schon fertig. Dann müssen wir uns nur noch um die Meilensteine und um das Kopfgeld kümmern. Ach, ich hab Spaß, Leute. Ich hab Spaß. Ich freu mich schon auf das nächste Blacklist-Rennen. Das ist einfach so perfekt gemacht, finde ich. Weil man erfährt halt so ein paar Rennen. Ja, das macht auch Spaß. Aber man hat eben auch ein Ziel. Man fährt eben diese Rennen, um dann sich quasi zu verdienen, dass man gegen den nächsten Blacklist-Fahrer überhaupt fahren darf. Das heißt, man hat hier ganze Zeit ein Ziel vor Augen. Nämlich den nächsten Typen fertig machen. Und wenn man den fertig gemacht hat, dann geht's wieder weiter mit dem nächsten. Und es macht einfach Spaß. Es ist einfach so gut gemacht bei Most Wanted. Ich find's Hammer. Ich darf nur nicht zu viele Lobesgesängen schwelgen auf das Spiel hier, wenn ich dann zu sehr zurückfalle. So, jetzt sind wir aber wieder mit denen auf einer Höhe. Da vorne der kleine Audi meint irgendwie aufzumucken. Oh, der hat die Kurve aber gut genommen, du. Der hat die Kurve aber gut genommen. Ich nicht so. Okay, und damit bin ich raus. Na toll. Das ging schnell. Neu starten. Das war jetzt also, die eine Kurve hat mich gekillt. Ähm. Ja, das ist aber ein sehr kurzes Rennen. Finde ich super. Also die Runde war sehr schnell vorbei. Äh, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht letzter sind. Das hat gerade jedenfalls nicht geklappt. Aber ich kann ja nur wieder sagen, also so ein bisschen verlieren finde ich gut. Was ich nicht mag ist, wenn man wirklich komplett gefrustet wird, weil man immer mal wieder verliert, verliert, verliert und es einfach nicht schafft, obwohl man gut fährt. Aber ab und zu mal ein Rennen verlieren finde ich deswegen gut, weil dann einfach auch mal ein bisschen Spannung aufkommt. Bei vielen Rennspielen hast du es ja so, dass du wirklich immer Erster wirst, immer gewinnst, ohne Probleme. Und das ist ja irgendwo auch langweilig. Das will man ja eigentlich auch nicht. Natürlich will man gewinnen, aber nicht immer. Ne? Es ist dann irgendwie öde. Und wenn mal so ein bisschen Herausforderung reinkommt, ist super. Die Kurve habe ich gut genommen. Okay, da lohnt es sich also nicht, die Abkürzung zu nehmen. So, jetzt nehme ich mir da mal ein bisschen Nitro rein, damit ich nicht letzter bin. Und bin zweiter gewesen. 54 Sekunden eine Runde. Das ist aber wirklich kurz. Der Audi da vorne fährt ziemlich gut. Müssen wir aufpassen, dass der nicht Erster wird. Oder Erster bleibt. Das eher. Aber der zieht vorne weg. Respekt, der ist echt nicht schlecht. Jetzt bin ich wieder Letzter. Okay, das Rennen scheint relativ knifflig zu sein. Man könnte natürlich auch sagen, man macht einfach so ein Mautstellenrennen. Das ist ja wohl mehr als easy. Da kriegt man wirklich easy die... Die easy die Punkte. Easy die Renngewinne. K.O. Rennen ist da schon eher schwierig, aber es macht mir halt auch irgendwie mehr Spaß. Deswegen. So, jetzt habe ich die Kurve aber besser genommen. Man muss die schön da innen nehmen. Und damit bin ich auch in der Runde Erster. Und jetzt noch einen besiegen. Oh, vier Sekunden schneller. Katie ist rausgeflogen. Jetzt noch den... Ich glaube, der Audi ist es wahrscheinlich. Den noch besiegen. Dann haben wir das Rennen gewonnen. Dann haben wir alle Rennen für den Victor schon gewonnen. Nee, es stimmt gar nicht. Es ist gar nicht der Audi, der noch drin ist. Das ist der andere, der der Mustang oder was das ist. Der ist noch drin. Hier kann man so schön abkürzen überall. Na komm, lass mich das noch gewinnen hier. Na komm. Sie, jawohl, 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 gewonnen. Wow, nice. Und wieder eine Nachricht von Mia. Natürlich sehen wir uns Mia allein. Und ja, auch natürlich kriegen wir Razor. Alles keine Frage. So. Haben wir wieder wunderbar gemacht, würde ich sagen. Jetzt können wir in der Blacklist mal schauen. Genau, die Rennsieger haben wir jetzt schon. Kopfgeld fehlt auch nicht mehr so viel. Das wird relativ leicht machbar sein. Die Meilensteine. Können wir jetzt eigentlich schon noch einen anfangen? Einen können wir vielleicht noch machen. Und zwar, wir können sogar noch zwei machen. Wir haben sogar schon einen. Eine Verfolgung mit weniger als vier Minuten entkommen. Das haben wir eben gemacht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch die beiden Blitzerdinger. Dann haben wir nämlich schon die Meilensteine auch fertig. Ich schaffe das vielleicht sogar noch diesen Part. Allerdings, da muss ich 170 fahren. Und, hat's gereicht? Ja, hat gereicht. Und wieder eine Nachricht von Mia. Ja, hi. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal. Wart's ab. Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Kratzfatz voran hier. Das Let's Play ist in fünf Parts zu Ende. Ich sag's euch. Na, hat gereicht, ne? Ja. 204 kmh. Wunderbar. Und wieder eine Nachricht von Mia. Hi. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. You don't say. Danke für den überaus sinnvollen Tipp, den ich so selber nie überlegt hätte. Naja gut, wenn man das Spiel noch nie gespielt hätte, dann wäre das wahrscheinlich sogar wirklich sinnvoll. Gut, damit haben wir jetzt sogar die Meilensteine fertig. Also das ging ja wirklich ratzfatz. Ähm, sollen wir noch Kopf... Nee, Kopfgeld, da weiß man nie, wie lange es dauert. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann noch das Kopfgeld. Vielleicht können wir da sogar im nächsten Part schon wieder den nächsten Blacklist-Fahrer herausfordern, nämlich den guten Vic. Also momentan läuft es hier wirklich Schlag auf Schlag. Es geht alles super voran. Mir macht's Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Walle. Bye, bye.